Du bist in der Halle gegangen? Ja, wir sind in der Halle Ok, hier ist irgendwo noch einer? Ja, hier links Musst mir das sagen Der ist, äh Links aus der Halle raus Ja, kommt Der ist links von der Halle Warum knallst du mich ab, Alter? LOL, sag doch, dass du raus gehst, du Mann Digga, hast du keine Augen auf mich? Bist du verhindert, Alter? Digga, wie lost bist du eigentlich in letzter Zeit? Wie siehst du, dass ich da lang geh? Ich sag dir, ich geh raus, guck, ob er da ist Du hast nicht gesagt, dass du raus... Natürlich! Junge, wie boosted bist du? Ich hab dir Shadowplay, dann könnt ihr das beweisen Du bist halt komplett lost, Alter Komplett lost, Alter Ich schwöre auf alles Ja, komm, schmeiß deine Sachen in die Ecke Ja, Alter Sag doch, dass du raus gehst, du Marco Unglaublich hänggeblieben, Alter Hast du keine Augen, oder so? Jetzt steht's 50.000 zu 1 Hey Digga, wir sind die Einzigen, die dann rumsteppen Du hörst nur mich raussteppen Und knallst ein random ab So richtig boosted, Alter Komplett hänggeblieben, Alter Seid mir nicht böse Ja, seid mir nicht böse Oh, oh, du Warten wir mal ab, wer nächste Runde stirbt Kann ich, kann ich für nix garantieren, Alter Kann ich für nix garantieren Ja, das ist halt so wie immer, du hast halt einfach wieder random irgendwelche Handkranaten durch die Gegend Das könnte passieren Dass ich aus Versehen 20 in der Tasche habe, oder? Bitte nicht, wenn ich dabei bin Das ist dein eigenfach Schuld Das ist dein eigenfach Schuld, ne? Bei allem, du hast dir ne Packer an, Alter Digga, weil ich das mit Kills machen muss Jetzt da andere Menschen geben so Calls, wenn sie irgendwo rausgehen Andere Menschen haben Augen im Kopf, Alter Also, als du umgekippt bist, hab ich gesehen Oh, das war ne Tarnhose, die ich nicht kenne Digga, ey Du siehst mich im Raid Mit ner AK, mit ner Packer Mit so'n fetten Grünhelmen Und so'n scheißweiß Bart Du kommst rückwärts in die Halle reingelaufen, du Mongo, Alter Ich bin dir mit der Fresse entgegengelaufen Ich geh um die Ecke und seh, wie du mich anklotzt Und mir in die Fresse ballerst Ja, ich würde sagen, verdient, Alter Und dann noch ganz optimistisch Hab ich Hab ich Alles gut Officer Grupper im Dienst Alles gut Kein Problem